So, der ist tot. Kommt der nächste? Nein, da ist ja noch einer. Na ja, ziehe ich mit Wurden. Also, die Taktik könnte eventuell sogar aufgehen. Wenn ich mich nicht selber durch irgendwelche kleinen Gegner, so wie den hier, töten lassen. Dann wäre es möglich, dass ich das schaffen könnte. Bezogen natürlich auf eventuell. Ich hätte auch vielleicht, man kann ja diese Geräte hier verbessern. Ob ich eventuell eines dieser Geräte hätte verbessern sollen. Oder generell. Natürlich schön. Das ist natürlich schön. 830 habe ich. Aufpassen lassen, wenn ich gleich noch entgegenkomme. Das kann natürlich sein, dass ich ja im nächsten Runde nochmal irgendwie gegen einen Boss kämpfen muss. Also möglich ist natürlich in diesem Spiel alles. Ich nehme aber gerne nochmal eine Schrotflinte mit. Okay, die haben wir fast alle tot. Okay, jetzt habe ich nur noch die. Und meine große Summe. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich bin ein bisschen... Ich bin gerade ein bisschen perplex. Ich weiß gar nicht, was ich gerade genau machen muss. Ich soll weiter ruhig brechen. Oh! Es gibt noch ein Geschütz, ey. Herzlichen Glückwunsch. Das nutze ich, das Geschütz. Aber herzlichen Glückwunsch. Hört nach. Ei, 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 ne, nicht mit mir, nicht mit mir. So. Die alle Pressen wurden gestoppt. Okay. Jetzt sind wir schon auf Pause. Okay, wir haben drei erste Hilfesprays im Sets. Einmal holen wir uns noch das. Wir müssen jetzt damit klarkommen. Bis wir die Runde geschafft haben. Nehmen wir Leben. Ich weiß ja nicht, ob ich vielleicht doch was aus dem Spiegel. Und dann sehe ich weiter. 800, sehr schön. Ich muss in den großen Raum, weil da nun mal noch was Geschütz war. Das werde ich aber noch aufheben für die letzte Runde. Und dann nehme ich mal ganz kurz den hier. Und ja. Dann drehe ich weiter. So. Da kommt einer. Noch einer. Funktioniert es noch? Das wird echt gut. Bat man, das ist dick an. Das will ich jetzt nicht gleich leer machen hier. Das heißt, wir haben noch eine Verbesserung, die wir uns dann holen könnten. Die Dicke fehlt noch. Noch einer. Noch einer. Ei, ei, ei. Lipp noch. Hinter mir. Da ist er. Ich rüste mich. Oh Gott, zwei. Aber einen herzlichen Glückwunsch. Damit habe ich natürlich jetzt nicht gerechnet. Ne, gerade noch. Damit fliege ich den. Jetzt ist er wahrscheinlich kaputt. Ne, ist noch da. Gut, zwei von denen. Wir haben noch zwei erste Hilfen, ja. Nein, 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 nein. Erste Hilfe. Nein, nein. K cheap. Und. A alla. Da. 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 Wow, ach, das ist ja der Bombi hier. Oh, ich hätte hier glaube ich hier noch einen Sprengast gehabt. Ja. Komm hoch. Lebt er noch? Oh, wir haben es, wir haben es Leute. Yay. Eine Stunde bis zur Morgendämmerung. Ei, ei, ei. Das habe ich natürlich nicht erwartet. Pressen wurden wieder gestartet. Genau. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Pressen verbessern. Geht das vielleicht ein bisschen schneller hier mit der Produktion? Warte mal, wir haben noch einen, nehme ich nochmal und und jetzt wieder laufen. Laufen, 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 laufen. Sehr interessant, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich fertig bin, werde ich dieses Haus aufbauen. Ich muss wieder großflächig haben. Tausend brauche ich ja für unsere Geschütze. Tausend waren noch, ne? Die mag ich nicht. Die dürfen sterben. So, einmal nach oben. Sehr schön. Sehr schön. Die kriegen wir gleich hier zusammen. Sehr schön. So langsam, würde ich mir hier glatt und hinterlegen sagen, es läuft. Läuft. Ich häng fest, ich häng fest, ich häng fest. Drei Schuss haben wir noch. 2200 haben wir. Ich gehe in den Keller, kaufe mir das Geschütz. Obwohl, ich warte noch einen Augenblick. Ich weiß ja jetzt nicht, was für ein Boss kommt. Ob ein Boss kommt. Und ja. Hatte ich, wie viele? Zwei hatte ich. Okay, tausend brauche ich auf jeden Fall in meiner Tasche. So, eine kurze Verschauffpause, Leute. Okay. Gut. Was nehmen wir denn? Wir brauchen nochmal Flinte. Das. Das war's. Wir siegen sie Jack. Sehr schön, ich hätte mir denken können, dass Jack immer kommt. Auf in den großen Raum. Da haben wir mehr Platz und dann können wir richtig loslegen. Ich hätte nicht gedacht, dass er mit diesem Ding ankommt. Weil das ist natürlich nicht so witzig. Alle Pressen wurden gestoppt. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich hätte mir denken können, dass du Kongs mal träumst. Nein, ich hab's versucht. Wir müssen eigentlich von rechts laufen. So. So. Woher weißt er, dass ich keine Munition mehr habe? Sehr mysteriös. Okay. Nur noch Jack müssen wir töten. Das ist unser letzter Boss. Och nee. So. Okay. Erste Hilfe. Kommt da durch, geht da durch, geht da durch, geht da durch. Uiuiuiui. Was haben wir noch? Zwei. Sehr schön. Wenn ich da durchkomme, könnte ich überleben. Wow. Ey, ich bin jetzt irgendwie etwas überrascht, also beziehungsweise glücklich, dass der mich runtergehauen hat. Weil dann hätte ich nämlich gelegen. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. 410. Flammenwerfer, kann ich nicht kaufen. Verdammt. Einmal Familie, immer Familie. Ja, das ist schön, aber ich will dennoch nicht sterben. Einfach, wo kommt er? So, ich hoffe, das macht jetzt hier. Ja, ich glaube, dass ich sterben werde, wenn ich keine Mission mehr habe. Okay, ist noch was. Hinter mir war einer. Okay, das ist die letzte Person, die ich habe. Okay, da bin ich. Okay, ich habe nichts mehr, Leute. Also zumindest nicht mehr, dass ich gerne brüchse. Und mein Geschirr ist auch kaputt. Ja, ist kaputt. Habe ich irgendwo... Ich weiß, ich weiß, ich habe noch oben den letzten. Da war ich noch nicht dran. Ich hänge fest. Den hätte ich wahrscheinlich auch kochen, weil wahrscheinlich auch... Nein, habe ich auch gemacht. So, ich muss gucken, ähm... Jetzt kommt er von vorne. Ich hoffe natürlich, dass er jetzt vielleicht stört. Und heilen. Leute, Leute, das ist ja was hier. Ich freue mich, ich freue mich. Okay, es ist vorbei, Junge. Ja, ich merke schon, glaube ich. Ähm... Oh, dauert nicht mehr lange. Ich habe keine Munktion, ne, Leute? Gib mir was! Oh, nein, ich bin... Oh, nein! Ich hole dich! Oh, nein! Dude, jetzt komm! Ich hole mich! so okay weglaufen weglaufen vielleicht kriegen wir das ja auch mit dem Messer dann sind wir ein ganz starker ich bin ein ganz starker ich bin ein ganz starker ich bin ein ganz starker Nein, ich bin tot. You are dead. Nicht schön. Okay. Hm. Punkte, Rest übrig. 90, ja toll. Kills. Rest beim Start. Sie erhalten beim Spielstart mehr Reste. P19 Maschinengewehr. Verbessert. Keine Abwehr hergeschüttelt werden. Nervengasfalle. Okay. Brenner. Verbessern. Okay. Entflammbare Tunnel. Gesamtpunktzahl. Okay. Tatsache. Gut. Und endlich Munition. Wie viele Punkte? Oh, Gottes Willen. Das sind ja viele. Okay. Ich würde da mal glatt sagen. Ähm. Ja. Ich hoffe natürlich, dass euch die DLCs bisher gefallen haben. Ganz gut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns dann mit dem guten alten Isen Musch Sterben mal reinschauen mal reinschauen, sowie halt diesen Modus Jacks 55. Geburtstag. Bis dahin macht es gut, Freunde. Also. Gi tracking.